ich hatte ja gestern diese kindertagsverlosung gemacht und habe drei freikarten für das freibad zu verlosen ich glaube gar nicht wie viele viele zuschriften gekommen sind und ja die möchte ich jetzt gerne verlosen und da habe ich einen kleinen helfer der kommt jetzt gleich zu mir wenn er dann irgendwann kommt sagen wir haben hier eine box und diese box tun wir die ganzen lose rein so jetzt haben wir natürlich ganz viel lose und meine kriegsfee das ist er der wird jetzt hier drei lose ziehen. Na zieh mal. Erstmal eins ziehen Finn. Das ist übrigens Finn. Eins ziehen und mir geben. Das ist die Susi Luhe. Susi du bist der erste Gewinner. Nochmal. Das ist die Annette Saalbach. Du bist die Nummer zwei. Und das ist die Charlotte Pilz. So herzlichen Glückwunsch. Die Freikarten die werdet ihr heute im Laufe des Tages noch irgendwie bekommen. Wie wir das machen das sage ich euch später und ja herzlichen Glückwunsch. Danke fürs Mitmachen. Tschüss. 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 Tschüss.